Let's play Rocket League! Wir werden gerankt, der Alex und der ich. Auf jeden Fall, hallo! So, wir mussten ja unbedingt mal wieder... Ach, Crap. Geht gut los. Oh je, oh je, oh ne, alles gut. Ja, das hatte ich in der letzten Folge, wir haben ja ewig nicht gespielt, in der letzten Folge meinte ich das ja, die haben das System ein bisschen geändert, scheinbar ja wie bei Counter-Strike, ne? Ja, wir sind jetzt halt einfach viel schlechter. Ja, und ich hatte ja in der letzten Folge noch gesagt, dass ich irgendwie... Eigentlich dachte ich wäre ganz okay und dann habe ich diese Ranking-Matches gemacht und hab halt 10-0 und 11-0 verloren. Das ist dann jetzt das Spiel danach, quasi. Nein! Also ich bin froh, wenn wir mehr, also wenn wir... Jetzt mach es! Ja, ich versuch's. Ich kann auch mit einer Niederlage leben, solange sie niedriger als 10-0 ist. Ah, da kommt er doch! Da kommt er doch! Das ist doch jetzt das Bütchen, ich seh das doch. Den machst du da... Ah! Ja! Easy! Ah, das ist ja! Nice, mein Rekord ist, glaube ich, ich habe drei Spiele gemacht und drei verloren, aber das wird jetzt ein fantastischer Sieg. Fantastisch! Fantastisch! Sehr schön. Ein schöner Fantastisch. Ich gehe. Jawohl. Ja, also um hier jetzt gerankt zu werden in der zweiten Season, ist es halt tatsächlich, glaube ich, so, dass man zehn Spiele machen muss in einer der Kategorien, also zwei gegen zwei, drei gegen drei und so. Und dass man dann einen Rang zugewiesen wird und dann in seiner Skill-Klasse quasi erst spielen darf. Ja, cool. Ja gut, dann ist es ja, dann ist es ja auch okay, wenn man so hart verliert, dann weiß das Spiel halt, dass die zu stark für einen sind. Nix da. Sehr schön. Au! Mhm. Er fuhr mir ins Xsäß. Ich hoffe, es ist Po-Ock fast. Oh! 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 Schade. Das sind immer die schönsten Dinger, die... Aber dass du mit dem Po anfassen musst, war das bei Mount Your Friends. Nein! Oh, du! Warum? Ich habe dich nicht gesehen, sorry. Manchmal ist diese Ballkamera ein bisschen... Also ich finde die sehr praktisch, aber weißt du, wenn der Ball so hoch in der Luft ist, dann siehst du halt nichts aus dem... Dauernd hin und her. Das ist, glaube ich, ein bisschen... Oh! Gut, dass unsere Gegner echt nicht so gut sind. Ja, achso, sollen wir... Wir müssen... Oh! Hello! Hello, my friend! Oh, Mann! Dude! Als du eben weg warst, bei dem Spiel habe ich dann auch noch hart verloren. Mit meinem random Mitspieler. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt bist du total leise plötzlich. Oh, sorry. Ich habe nicht laut geredet. Weil ich gerade überlegt habe, ob du mir den in die Mitte spielst oder nicht. Aber hast du nicht gemacht. Du bist nur noch halb so laut wie vorher. Das kann eigentlich nicht sein. Jetzt ist wieder lauter. Okay. Nein! Beierrückzieher! Jetzt ist alles verschillt. So! Äh... Franz, nach hinten! Ah! Easy! Habe ich gesehen. Auge! Äh... Das war dein Hühnerauge, was er gesehen hat, ey. So, dann bleib ich jetzt hier hinten. Ist das der Plan? Ups! Bäm! Bäm! Weil ich komme mal vor. Crap! Crap! Ist noch nicht vorbei. Ist nix vorbei. Oh, jetzt kommt er doch in die Mitte. Jawohl! Okay, vielen Dank. Hast du lieb gemacht. Dankeschön! Tactics Wiper... Äh... Ja, Tactics Wipers. Beides Plural. Es sind mehrere Menschen, die diesen Account gemeinsam spielen. Mein Boost ist so eklig, ne? Brr-brr-brr-brr-brr-brr. Was hast du denn genommen? Dieses Portal-Gedöns? Ich habe jetzt so Blubber. Brubbles. Boom! Na? Was? Impostum Ruh! Betrug! Schiebung! Ja, schade. Jetzt kassier wir mal einen. Nix! Idiot! Aber jetzt... Scheiße, 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 scheiße! Nein! Verdammt! Nee, den nehm ich... Oh, den hätte ich haben müssen. Da, hast du es gesehen? Definitiv! Kade! Und nicht, dass wir uns jetzt noch so ein blödes Ding fangen. Ja, ne, du machst das schon. Er ist ja nur alleine. Weil wir sollten nicht zu zweit auf einem Fleck gehen. Nee, ich bin... Ich habe mich dann noch zurückgezogen. Als ich das dann gewittert habe. Jetzt kommst du! Und machst du schnell. Das war nicht mal... Das war nicht mal... Au! Na! Meiner! Oh, was? Ah! Naja, egal. Fürs Team. Fürs Team. Alles. Hä, jetzt ist... Wieso kriegt der denn keinen Computerpartner? Als Rankedist oder was? Ja, genau. Als Rankedist. Da... Da hat man keinen... Huch! Ups, sorry. Huiuiui. Markel! Ausdruck! Nein! Oh, danke! Habe ich, äh... Hä? Ja, gut. Ach, der hat aufgegeben. Schade! Wie fährst du jetzt? Ich habe jetzt 8 von 10 gespielt. Ich habe 4 von 10. Okay, dann bin ich... Mal gespannt, was ich dann gleich kriege. Nach 2. So, wir finden jetzt mal ein neues Match. Ich muss grad mal gucken. Musste ich grad mal ein bisschen lauter drehen. Ja, wenn ich wieder mich lauter stehe, dann hast du das Klacken wieder... Jetzt bist du wieder lauter, das ist ja spannend. Das schwankt total bei dir. Egal! Wir suchen ein neues Match. Oh, das ging schnell. Wir haben ein neues Match gefunden. Wegen Expert... Hä? Wegen Expert und Expert 2. Ach so, ne, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Splitscreen. Eine Playstation, ja. Ist das bei dir auch so kund? Ja, ja. Das finde ich bei dem Spiel halt eh so cool, dass man... Mann! Was ist denn los mit dem? Was ist los mit dem? Licht dort hinten. Ich hab keinen Boost, leider. Kommt nach vorne. Ja, ich... Bin dann auf dem Weg nach hinten, aber du machst das jetzt. Ach, verdammt. In die Ecke. Schade. Ich bin jetzt super defensiv. Gehst du? Ja. Mitte. Hat er aber. Schade. Aber den nicht. Den hat er mir weggezutzelt. Das ist ein bisschen wie bei Mount Your Friends. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, komm. Oh, Mist. Der ging ein bisschen auf mich. Das ist aber echt... Ja, das ist auch total knapp. Ich dachte, der geht dran vorbei. Ich fahr. Sorry. Ach nee, du bist... Nee, nee, alles gut, sorry. Ich hab dich, ich hab dich übersehen. Ich dachte, du wärst hinter mir. War ja richtig. Bitte. Irgendwie. Nein! Nein! Nein, nein, geht nicht. Ja, aber jetzt ist der Nachschuss. Oh. Oh, ich wach zu spät. Oh, oh, jetzt kriegen wir es aber ab. Alter Lachs, äh. Boah, da bist du aber noch dran vorbeigeschossen. Sind halt Experts, ne? Da sind wir. Ich bin semipromt. Bei dir steht gar nichts. Oh, nö. Uff. Ich müsste, glaube ich, Profi sein, auch. Erst ab 30. Das kannst du einstellen, glaube ich. Ja, genau. Ich hab's ausgestellt, weil ich das totalen Unsinn finde. Oh, oh. Ich glaube, die nächste Stufe bei mir ist ab Level... Oder, ja, Erfahrung ist Level 30. Nein! Machst du! Ja, sicher. Sehr schön. Der Companion Cube, ähm, der macht das. Der Companion, was? Ja, ich hab den als Antenne. Ach so. Der wackelt die ganze Zeit da so rum. Ich dachte, das wäre ein Kosename für mich. Schade. Ich mach. Du bist Companion Cutie auf jeden Fall. Ah, schön, danke. Nein! Okay, das war grenzwertig schlecht. Oh je, der ist... Es sieht ja doch immer so erbärmlich aus, wenn man den nicht trifft, ne? Nein, 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 nein! Schön! Bleib im Tor. Schön! Ah, nö. Machst du den jetzt? Mal gucken. Ne. Nein! Nein, 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 nein! Oh. Sorry. Ich dachte... Ich dachte, er war wieder einer von... ... an Rude. Hartes Match, ey. Ist gar nicht so unterschiedlich eigentlich. Ein bisschen mehr Glück. Ich gucke dir. Fresschlag! Oh nein! Wow, 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 wow. Ey, der dauselig. Nein, 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 nein. Schön. Komm schon! Kein Boost mehr! Nein, nein! Das war dumm auch. Ja, also es war schon schlecht geschossen und dann hat er ihn aber trotzdem noch abgefangen. So. Wenn wir schon nicht besser spielen, sind wir wenigstens brutaler. Nein! Ah! Das mache ich jetzt immer extra so. Pro Folge ein Win und ein Los. Aber das hier wird noch ein Win, stimmt. Ah, das klappt. So. Nein, ich komme nicht dran! Das ist unglaublich! Was machst du da? Mit dem Ball spielen. Ich habe Angst vor dem Ball. Ich bin ein Brillenträger-Auto. Wie im Schulsport bei dir oder was? Ah. Oh Gott, ey. Ach, komm! Boah! Verdammt! Timmer! Das klappt mal 1-1, ne? Mhm. Hä? Was ist denn da? Ich dachte eigentlich, ich block ihn ab, lege ihn hin, dass du ihn dann... Oh nein, oh nein! Das sollte ein Befreiungsschlag werden, war aber eine Vorlage für den Gegner. Nee, nee, nee. Ach, vorbei. Ich bin... Nein! Einmal rückwärtsgang. Ja, ich... Der rückwärtsgang war drin, da war... Das ist kein Golf 1. Ei, ei, ei. Aber ich finde es so schön, dass man nach jedem Spiel belohnt wird. Irgendwas. Ja, schon wieder neue Felgen. Ist bei mir jetzt schon durch. Ich kriege fast nichts. Ich habe bei einem Spiel, was ich vorher ohne dich hatte, ein Quietsche-Entchen bekommen. So, so? Mhm. Boah, der... Also, der Expert hatte 830 Punkte und ein bisschen mehr als wir hatten. Mehr als wir zusammen hatten. Jupp. Dafür wärst du besser als deren Zweiter. So, weiter geht das! Die nächste Qualifikationsrunde. Oh, wieder gegen Glitz-Screen, ja. Rohn-Semi-Pro. Ach, das war nicht gut, sorry. Nix. Ach, das hast du, sorry. Wir sind jetzt blau. Ich hab... Wir waren doch eben orange, oder? Wow! Sehr schön, wow! Uuuh! Nein! Da hab ich aber auch echt Glück gehabt, dass ich passen stand. Der kam ja... Der hat den übelst gut getroffen. Oh, ich Idiot. Ah! Ich hab intuitiv mich in die falsche Richtung geschleudert. Ich wollte mich eigentlich, äh... Zum Ball drehen. Hab mich vom Ball weggedreht. Oh, in der Wiederholung sah es ja noch erbärmlicher aus. Aber eben hör doch so Punkte. Oh, je. Boah! Boah! Ich bin echt noch nicht wieder drin, wie hoch ich springen kann. Nein, 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 nein! Ja! Jawohl! Hahaha! Alter, das war wirklich im aller, allerletzten Moment. Hahaha! Wäre der reingegangen? Ich weiß es nicht. Ah, ah. Ich fahr. Oh, ich erwischt. Ich auch nicht. Nein! Ah, komm! Komm, 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 komm! Du bist hier gerade in der Luft rum eideln, wie so ein Idiot. Schön! Bitte, 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 bitte! Komm schon, bitte! Nein, 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 nein! Ah, das ist auf jeden Fall schaffbar. Vorsicht! Der... Ich hab nur gerade deinen Hintern gesehen und dachte, ui. Ja, auf jeden Fall schaffbar. Ja, auf jeden Fall. Die Rückhandsicht vom DeLorean ist nicht das Schlechteste. Oh, DeLorean. Hahaha! Ja, ich hab mir parallel auf... Nein! Toll! Toll, ich hab mir parallel Fotos von dir im Real Life angeguckt. Von deiner Rückhandsicht. Oh, so ätzend. Wenn wir das verlieren, ist das wirklich bitter. Ich fahr. Nein! Was machen die denn da? Kommst du zufällig? Schön! Nein! Also die haben es halt auch, die... Die greifen halt auch immer zu zweit an und trotzdem... Boah! Oh. Oh, es ist ärgerlich. Das müssten wir gewinnen. Ich hab ihn auch genau wieder auf Spur gedrückt. Hier. Oh, ich dachte, der kriegt den. Jetzt noch was? Hm. Nee. Uh. Blop, 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 blop. Ja. Franz, du jetzt. Nein, ich war doch da! Das war ein Schiebungsskandal. Wie hat er den hier noch erwischt, die Sackpfeife? Nee, komm jetzt. Aber nicht hier noch so ein... Oh. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Das war ganz schön knapp. Ich lauere. Du lauerst auch. Doppel-Laura. Ah! Doppel-Laura? Die Doppel-Laura ist besser als die einfache Laura. Oh! Der hat mich einfach umgeschubst. Nein, mein Auto liegt auf dem Dach. Oh! Das gibt keinen Shit. Nein, der... Oh, ich hoffe... Schön. Oh, nein! Haben wir uns gut ergänzt. So, vorne ist er. Nein! Schade. Ich dachte, ich könnte ihn so schön auflegen jetzt. Ich habe einen rausgenommen. Ach, schade. Schade, der hat noch geblockt. Schade, der hat noch geblockt. Schade, der hat noch geblockt. So, jetzt ist er frei. Jetzt hüpft er einfach rein. Können wir nicht jetzt einfach mal so ein Ding reinlacken und dann vielleicht noch eins? Näh, nächstes Spiel. Hä, hä, hä. Ja, macht ihn rein! Oh, ich bin Prospect Elite, Klasse 4 von 15. So, schnell nochmal, wie lange wir könnten... Wir suchen uns ein neues Match, wie viel muss ich denn noch? Ja, machen wir eine Halbstundenfolge, ne? Okay. Oh, wir haben jetzt das Packet Loss. Oh, ich hab die falschen Tasten gedrückt. Ups! Kommt auf, wenn man parallel WhatsApp Nachrichten liest. So, los, das geht! Oh, ich bin über den gewesen. Jetzt muss aber was passieren. Was? Was? Ja, du bist wieder sehr leise, sorry. Sorry, ich hab grad nebenher geguckt. Ich war tatsächlich, das funktioniert wirklich... Oh! 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 Oh, verdammt! Es funktioniert tatsächlich wie bei Counter-Strike mit Bronze, Silber, Gold, glaube ich. oder Silber, Gold, Platino. Oh! 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 Ich hab' das Handy gegoogelt habe anscheinend. Das ist ja auch so zwischendurch so... Vorsicht! Uh! Crap in a box! Oh! So, jetzt aber... Ja! Jetzt will ich aber mal sehen. Ich darf mal einen Kaffee machen. Ich bin müde. Ganztag gearbeitet! Mit diesen Videospielen. Das macht mir auch keinen Spaß. Nein! Oh no! Ah! The Flohu! Und die wieder... Ne! Oh! Das sind Pro und Veteran. Okay. Bin grad mal Semi-Pro. Semi-Pro? Semi-Pro? Ich fahr? Du auch? Warten wir alle vier. Booyah! Hä? Hä? Bist du zufällig in der Mitte? Da kommt er nämlich jetzt hin. Wow! Den hab ich aber! Ich hab gerade mit meinem schnieken Hintern wegge... Oh! Komm schon! Oh! Crap! Was? War doch... Du warst doch perfekt davor! Das wäre ein super Traum-Safe geworden. Ich hatte schon einen Pokal für dich bedrucken lassen. Oh! Komm! Das ist ja wohl Turboschiebung. Was denn? Ah! Dass du den nicht gekriegt hast. Ja. Also meiner Meinung nach ratest du den perfekt. Ja... Ja... Das ist... Vorlinie-Kamera und so. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Schön! Ist aber auch unfair, einer von denen hat Flammen, wenn er Turbo-Boost macht. Ich doch auch, oder nicht? Nicht so geil wie sein. Kommt in die Mitte. Oh nein! Oh nein! Wenn du jetzt rein machst, alles super. Nein! Aber knapper konnte ich den Winkel nicht noch fahren. Glaube ich. Das geht immer knapper. Winkel gehen immer knapper. Morgens halb zehn in Deutschland. Ein knapper's. Komm, 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 komm! Jawoll! Mit freundlicher Unterstützung. Von Rüsselfred, Master Janis. Okay, den hat er komplett gemacht. Ja. Ein Zug von ihm. Ich habe auch dafür einen Distanz-Tor-Doppelpunkt-Bonus bekommen. Reicht? Fährst du? Du gehst. Schnell, hopp! Ja, man muss komplett durchboosten, den Boost auf der Strecke fangen. Und noch so'n Rollo machen, ne? Oh! Oh! Asse! Oh! Was machst du? Oh! Ich weiß nicht, wie ich den nicht erwischen konnte. Sorry. Oh! Die Frage ist, wie du den noch gekriegt hast. Ich sag doch, der Wiki ist immer noch ein knapper. Uiuiui. Aber... Oh nein! Du tust aber auch viel dafür, dass ich noch ein Herzinfarkt kriege, ey. Ja, Mann. Mann, Mann, Mann. Ich bin nochmal gefühlte zehn Jahre älter als du. Gefühl? Ne, sind noch... Optisch... Optisch bin ich fünf Jahre jünger. Nein! Ach, sorry. Sorry. Du bist hübsch und jung. Wenn dir das so an die Substanz geht. Hopp! Ah, schade. Schade, ey. Hättest du, hättest du auch ins... Ja. Ja, das ist halt Karma, ne. Mhm. Der sieht gut aus. Komm schon! Komm schon! Ja! Ehre wem Ehre gebührt, ey. Du hast ja auch mustergültig nach vorne gespielt. Du? Ja. Ja, verdammt. Ich spiele mal wieder mustergültig nach vorne. Komm schon! Ja! Und, und, und? Nein! Wow! Oh! Boah! Das war natürlich ein Träumchen, ne? Träumchen in den Typen. Ja, einfach. Hahaha! Wie er noch auf der Linie rum vibriert ist. Ich nicht entscheiden konnte, die Sau. Hahaha! Nein! 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 Das... Hahaha! Das war der erwerblichste Pressschlag aller Zeiten. Guck mal! Hahaha! Oh Gott! Einfach mal! Oh! Das war der... Worst Case der... Nee! Oh Mann! Was tun wir denn? Du gehst! Ja, Flanke kommt! Schön! Ja, es war ätzend, ey, dass wir... Oh! Hm! Oh nein! Hast du! Puh! Epic Safe war das übrigens! Haha! Ja, Glanzparade dann genau im Deutschen. Ja! Hatte ich eben auch. Noch ein Save! Ja, das ist wahrscheinlich auf der Linie irgendwie, ne? Das hat auch ein bisschen... Ah! 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 Unleash the Kraken! Ah! 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 Ach! Das war... Du hast wieder rausgespielt! Und jetzt kommt er wieder nach vorne! Hey! Der hat geschubst! Alex, der hat geschubst! Alex, die schuppen! Nein! Nein, 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 nein! Oh! Oh oh oh! Oh Gott. Komm schon, komm schon, wir haben es. Es hat mich mehrere Lebensjahre gekostet, dieses Spiel. Jetzt, jetzt wachst du. Nein. Yes. Du geiler Specht. Der war nötig, ey. Auf jeden Fall, ey. Ja, ja, ich bin einfach nur geflüchtet. Ich habe gedacht, nur nicht springen, nichts machen. Boah. Alter. Ich habe den Start total verditscht und zum Glück hatte ich den Mega-Alex im Tor. Alter, Lachs, das war wirklich einer der härtesten. Boah. Ja, also. Ich habe Deadmau5 unleashed, unlocked. Ja, das war quasi das WM-Finale von 2014 nochmal nachempfunden. Alter. Okay, liebe Menschen, wir suchen uns ein neues Match. Es sind nämlich noch drei Matches, dann sind wir gerankt. Das dürft ihr euch aber erst in der nächsten Folge angucken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Auch vom Alex bestimmt. Ja, tschüss. Macht's gut. Ich bin immer noch total neben der Spur. Ist das echt? Das war... Boah. Bis gleich, ne?